Guten Morgen meine sehr geehrten Damen und Herren, Schottland bleibt bei Großbritannien. Herzlich willkommen zu einer verlängerten Ausgabe der Zippum 9 mit ausführlichen Berichten, Live-Schaltungen und Analysen. Historisch haben viele das Referendum in Schottland bezeichnet. Nach mehr als 300 Jahren als Teil von Großbritannien hat niemand geringerer als der schottische Regierungschef Alex Seilmont wieder die Unabhängigkeit angestrebt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen hat sich in den letzten Umfragen abgezeichnet, aber das Ergebnis ist doch deutlicher ausgefallen als erwartet. Nach Auszählung von 31 der 32 Wahlkreise liegt das Jahrlager bei 45 Prozent. 55 Prozent haben für Nein gestimmt. Die Wahlbeteiligung war mit 86 Prozent sehr hoch. Am Ende einer langen Nacht ist der Jubel bei den Unabhängigkeitsgegnern. Manch einem ist anzusehen, wie emotional es zuletzt im Wahlkampf zugegangen ist. Ihr Traum ist vorerst zerplatzt, sie wollten eine eigene Nation sein, aber es hat für sie nicht gereicht. Jubel trotzdem für den First Minister Alexander Seilmont, als er seine Niederlage eingesteht. Danke Schottland für 1,6 Millionen Stimmen für die Unabhängigkeit, so Seilmont nach einer langen Wahlnacht, aber wir wissen, dass die No-Kampagne gewonnen hat. Die ganze Nacht ist ausgezählt worden in Schottland und schon die ersten Ergebnisse zeigen, der Stapel der No-Stimmen ist stets ein wenig höher als der mit den Ja-Stimmen. Die Unabhängigkeitsbefürworter haben nur Teilerfolge erzielt, in Dundee oder der Stadt Glasgow zum Beispiel, wo sie knapp vorne liegen. Der Jubel, eher eine Trotzreaktion, zu diesem Zeitpunkt ist die Niederlage schon abzusehen.